So Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal die Kirche in Frankenthal. Es tut mir jetzt leid, es ist sehr, sehr schlecht mit der Sonne. Aber wir werden das so hinkriegen. So, sie läutet in vier Minuten. Sie hat auch eine Uhr, da werden wir dann gleich nochmal hingehen später. Aber ich wollte euch erstmal hier diesen schönen Blick zeigen. Hier hinten kann man auch schön weit gucken. Auf die Weide. Hier stehen gerade wieder Gräber, deswegen nicht wohl, wenn wir nicht so weit hochfilme. Sie sieht eigentlich sehr, sehr schön aus, ist aber sehr grau. Und bestimmt auch sehr alt. Sie hat hier auch die Rillenfenster, also hier diese. Und hier hinten, da ist keine Glocke drin, aber in dem Türmchen hier ist keine. Aber trotzdem ein sehr, sehr kleines, schönes Türmchen. Und das goldene Kreuz mit der Kuppel. Mal wieder. Und ja, jetzt sind es nur noch drei Minuten, bestimmt nur noch zwei. Weiß ich nicht genau. Es ist gerade sehr ruhig hier und nicht wundern, wenn so viele Kindergeräusche kommen. Nebenan ist irgendwie so ein Hort oder sowas oder so ein Kindergarten. Das weiß ich nicht genau. Und ja, hoffentlich läutet sie auch zur Zeit. Das weiß ich gerade nicht genau. Wir gehen mal kurz näher ran. Ja, hier hatten wir nochmal einen schönen Ausblick. Ich muss aber gerade wirklich sehr weit runter filmen. So, jetzt stehe ich hier und ja, sie ist so ein bisschen kleiner. Erinnert mich ein bisschen an die Hauswalder Kirche. Ja, Autos gibt es ja auch gerade viele. Ja. So, jetzt ist es gleich um. Jetzt müsst ihr gleich läuten. Jetzt riecht hier gerade wirklich ein bisschen nach Gülle. Die haben da hinten das Feld bestimmt gedünnt. Ich stehe jetzt hier wirklich ein bisschen näher dran. Schön ruhig hier. Jetzt. Jetzt. Ich bin jetzt wirklich näher dran, damit man es besser hören kann. So, gleich müssen auch die Glocken läuten. Jetzt. Ihr hört schon. Jetzt. So, und dann machen wir jetzt auch nochmal unseren Rundgang von hinten. Ihr habt bestimmt jetzt gerade auch die Glocken schwingen hören. Wir hören es ja gleich wieder. Ich glaube jetzt mal wirklich ein bisschen langsamer. Weil mir da wirklich ein paar Leute das privat auch gesagt haben. Laufen wir hier mal ein bisschen den Weg lang. Hier ist dann der Altar. Jetzt misst man es eigentlich. Ja, jetzt. Das ist gerade sehr, sehr laut. Hier ist dann die Uhr. Jetzt können wir uns mal hier auf die Bank setzen. Oder wir stehen mal auf. Oder wir stehen mal auf. Und tschau. Tschau.